Was war das Verdammte? Verdammt! Verdammt! Schmerz! Ich kriege dich auch! Sofort! Schmerz! 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 Schmerzen! Schmerz! 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 Der Schatz, geh da hoch! Danke. Feuer! Hoffentlich haben bei dir auch... Hell! Detektion ist immer noch nie! Soll ich ihn unbedingt 7 bis 6 bis 5,000 Minuten gesehen? Wie lange Zeit so vertreten? Also sind wir hier? Egal, jetzt in die Mitte... Bist! Der Schlager ist am Ende! Ich muss hier alles. Mensch Otto, habe ich dir eigentlich schon erzählt, was Jochen mit dem Spinat der Elke macht? So, was glaubst du? Wir kommen rein und bringen euer Bett mit Essen. Sagt Jochen, bitte schön den Tag. Und dann hat er vor seinen Augen über den Teele gepisst. Sagt Jochen, wem das Essen nicht schmeckt, der kann sich ja beim Kommandant beschweren. Und hat er mich beschwert? Ja, hat er tatsächlich. Lutz hat ihm darauf den Spezialbehandel verpasst. Ich sag dir, seitdem redet Herr Schöner kein Wort. ... und zwar in dieser Stelle. Hast du da tiefs in Staten? Hast du es gerade wirklich? Kein Wohlstand. Jetzt wird mir auch klar, warum alle bei ihm so schnell sind. Weißt du mal, dass einer für Nehmung kann ihm dabei sein? Bislang noch nicht. Er nimmt meist die gleichen Mitel. Untertitelung im Auftrag des ZDF Oder hat er mir nur geblieben? Wer ist da? Wie schlägst du drauf? Wie schlägst du das? 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 Wie schlägst du das?